Das Update 6 von Timberborn steht vor der Tür und was dieses Update alles für uns bereitet, das erfahrt ihr in diesem Video. Und einer der ersten Sachen, die ich anhand dieses Bildes schon mal spoilern kann, ist, es gibt jetzt einfache Stahlplatten. Oh je, wie toll. Und was können wir damit machen? Wir können diese Stahlplatten, und das ist so geil, auf Plattformen bauen und damit diese Plattformen mit Wasser versorgen oder Wasser drüber fließen lassen. Oder andere Flüssigkeiten? Aquadukte! Leute, wir können Aquadukte bauen! Ja! Ja! Wie lange haben die Timberborn-Fans davon geträumt, richtige, geile Aquadukte bauen zu können, oder? Ist das der Hammer? Endlich! Aber wir gehen das dann vornherein durch und zum Schluss erzähle ich euch noch ein bisschen was, wie es dann beim Kanal mit Timberborn weitergeht. Nein, keine Sorge, es hört nicht auf, es wird eher noch viel besser. Also, von vornherein. Wie jetzt zum Experimental Branch kommt und diese News, diese ganzen Sachen verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und, falls ihr euch gewundert habt, warum gibt es von Nerd immer noch kein Video? Ich habe tatsächlich diese News schon mal so unter der Haube irgendwo in einem Reddit gelesen. Und es gab ja immer so dieses Thema, ey Nerd, mach uns doch mal ein Video, wie ich Mods in Timberborn einbinde. Brauche ich nicht mehr. Mit dem Update 6 gibt es den Steam Workshop und dort können wir dann alle Mods ganz easy über den Steam Workshop herunterladen und einbinden. So, was gibt es ansonsten Neues? Ich will euch mal diesen Bereich zeigen und das ist absolut mega, mega cool. Ihr seht hier vorne dreidimensionale Wasserphysik. Das heißt ja erstmal nicht, wo man denkt, ja mein Gott, dann ist es halt so. Aber, das geht einher mit dem Aqueduct-System, dass der, ihr seht es hier, Fluids on the Map now uses three-dimensional physics. Das Wasser ist halt dreidimensional und muss halt auch entsprechend fließen. Wir sehen beispielsweise auch hier, seht ihr, die Ecken hier, wo nicht weitergebaut wird und fällt euch auf, da kommt jetzt keine Wasser mehr raus. Also, es ist auch dieser Fehler endlich behoben worden. Also, mit anderen Worten, es sieht jetzt aus wie mehr Wasser und es fließt jetzt mehr wasserähnlich und auch eben in einem dreidimensionalen Bereich, denn wir haben nun mal ein dreidimensionales Spiel, so sieht es halt nun mal einfach bei uns aus. So, Waterwheels no longer slow the water flow. Das heißt, wenn wir hier dieses System haben hier, dann können wir damit Energie zum Beispiel auch endlich in riesigen Maschinerien speichern. Ja, was heißt das zum Beispiel? Ja, es kommt wieder. Die unendliche Maschine. Ich freue mich so mega auf das neue Let's Play und das schon mal dafür. Ich habe tatsächlich unheimlich geile Ideen schon für das neue Let's Play, aber keine Sorge, dazu kommt später noch was. So, Verticality. Tja, was heißt das? Wir können endlich, endlich, endlich auf diesen Sachen hier eine Stahlplatte bauen. New Buildings, Overhang, das machen wir gleich. New Building. Also, im Grunde genommen gibt es drei neue Gebäude. Gebäude Nummer eins. Es gibt eine Stahlplatte, die können wir jetzt auf einer Plattform bauen und damit haben wir die Möglichkeit, den Wasserfluss nach unten zu begrenzen. Wir können dann ebenfalls endlich, endlich Deiche auf Plattformen bauen. Endlich, endlich, endlich. Und damit kontrolliert hier ein Wasserfluss generieren. Also, erstes neues Gebäude, eine Stahlplatte. Zweites neues Gebäude ist ein Overhang. Ein, 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 ja, ein, endlich, endlich können wir hier Sachen bauen, die hier drüber hängen. Das ist so geil, wirklich. Ich freue mich mega. Wir können endlich Sachen bauen, die hier drauf hängen und hier an der Seite von Gebäuden angehangen werden. Zeige ich euch aber gleich alles im Experimental Branch. Zumindest diese Kleinigkeiten nochmal hier vorne. Also, Overhang und die anderen und diese Platte hier unten. Mega geil, wirklich, richtig geil. Wir können damit endlich Aquädukte bauen. Wir können hier richtige Überhänge bauen und müssen nicht mehr Millionen von diesen Dingern bauen, sondern können richtige Überhänge bauen. Mega cool. Freut mich so dermaßen. Das ist so geil. Es gibt auch hier neue Sachen, denn es gibt ja jetzt die Überhänge und hier neue Physik. Ihr seht, ähm, Natural Overhang, also Naturüberhänge hier. Auch das mega, mega, mega cool, ja. Zusammen mit der neuen Wasserphysik gibt es uns endlich die Möglichkeit, Aquädukte zu bauen und viele andere geile Sachen. Ich freue mich so dermaßen mega, mega mäßig darauf. Und wirklich, das ist so toll. Gerade das Thema Aquädukte hat in unseren Let's Plays für mich persönlich immer zu einem frühzeitigen Ende geführt, weil ich einfach das Wasser nicht so führen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist sehr schade und das ist endlich möglich. Ich erinnere da an alte Let's Plays, wo ich genau so ein Konzept schon mal versucht habe zu bauen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und mega, da kann man so geile Sachen mitmachen. Ich freue mich. Aber dazu gleich mehr. So. Dann gibt es als drittes Gebäude, ihr seht es hier, guckt euch das am besten genauer an. Ihr könnt jetzt hier einstellen, ab wie viel Prozent im Wasser, also Schmutzwasser im Wasser, er nach links öffnet oder nach rechts öffnet. Und auch da, danke, 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 das ist, ich weiß nicht, ob die meine Videos gucken, keine Ahnung. Aber falls ihr es tut, danke. Das meine ich ganz ernst. Denn das ist der erste Ansatz von Automatisierung. dass wir diesen ganzen Kram endlich nicht selber machen müssen. Und mit dem Aquaduct-System können wir genauso, wie es da ist, endlich einfach stumpf zwei Gänge machen und müssen da nicht immer selbst hochgehen. Das ist so cool. Zeige ich euch aber auch gleich dieses Teil. Das ist wirklich mega toll. Also, dann gibt es ein offizielles Wunder. Tja, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was ist denn, es gibt zwei Wunder. Bei den Eisenzähnen gibt es einmal dieses Ding hier zum Abschießen. Und bei den Rustikal-Rotten gibt es das hier, der Ballon. Tja, und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, ja, was ist denn jetzt überhaupt das Ziel von Timberborn? Wann ist denn das jetzt mal vorbei? Da habt ihr eure Antwort. Das ist das Ende. Das ist das offizielle Ende jetzt von Timberborn mit, ihr seht es hier, 2000 Gears, Treated Plyings, Metall und so weiter und so fort. Und das ist so das Wunder, wenn ihr das Wunder gebaut habt, mehr oder weniger das offizielle Ende. Und dann könnt ihr natürlich im Sandbox-Modus noch weiterbauen. Aber dann ist quasi zu Ende. Was heißt das fürs Let's Play? Das gucken wir uns jetzt mal fix in Timberborn an. Angekommen im Spiel, keine Sorge, wir werden hier nicht weiterspielen, haben wir hier ein altes Let's Play, dessen Spielstand ihr vielleicht noch kennt. Das ist das erste, was wir mit Update 5 gespielt haben, um uns Update 5 mal ganz in Ruhe anzugucken. Und gerade so dieser Bereich wäre perfekt gewesen für einige neue Mechaniken. Aber Stückchen für Stückchen gucken wir uns das Ganze an, Leute. Also, als allererstes habe ich hier für uns einmal dieses Floodgate gebaut. Dieses Schütz heißt das im Deutschen. Es gibt übrigens auch tatsächlich schon eine Übersetzung. Wir können tatsächlich sagen Auto, nur komplett geöffnet, komplett geschlossen. Und bei Auto könnt ihr sagen, schließen ab Abwärtsstromtiefe, also wie hoch die Stromtiefe sein soll. Ja, also ihr seht dort, wir können dort richtig in 0,05er Schritten diese Stufe hier einstellen. Mega, mega geil. Ja, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Das habe ich tatsächlich... Oh, ist das geil. Es geht. Guckt euch das an. Wir können sogar in der Schleuse diese Stromtiefen in 0,05er Schritten einstellen. Oh, ist das toll. Ja, das ist so ein Traum. Da kriege ich gerade Pipi in die Augen, wirklich. Das ist ein Traum, wo ich mir denke, mega, endlich, endlich Timberborn-Schleusen vernünftig einstellen. Danke, mega geil, wirklich. So, und da können wir sagen, schließen oberhalb eines Kontaminierungsgrades von, keine Ahnung, 10 Prozent. Ja, da machen wir das Ganze zu. Oder schließen unterhalb eines Kontaminierungsgrades von und so weiter Prozent. Und dann könnten wir wirklich dort entsprechend eine Schleuse bauen und mit dem neuen, dem Aquädukt, das Ganze wegleiten. Und wie funktioniert das mit dem Aquädukt? Auch da habe ich schon mal hier vorne so eine Plattform gebaut, die hier errichtet worden ist von unseren Bibern. Und auf dieser Plattform gibt es jetzt die Möglichkeit, einige Sachen zu machen. Es gibt nach wie vor die Kontaminierungsbarriere und ein undurchlässiger Boden. Das ist im Prinzip genau das, was ich euch gesagt habe. Das ist eine Stahlplatte. Das ist nichts anderes als eine Stahlplatte. Wir können das Ding mal hier auf so ein Ding draufbauen und das dann mal bauen lassen. Wir müssten ja eigentlich genug Stahl haben. Ja, easy. So, ihr seht, auch eine neue Animation. Und dann haben wir hier, da würde das Wasser durchfließen und da würde das Wasser nicht durchfließen. Und da könnten wir jetzt einfach, ja, es geht. Wir können Deiche endlich, endlich auf Plattformen bauen. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, Aquädukte zu bauen. Richtige Aquädukte. Nämlich hier. Das heißt, man könnte auch hier dieses Dreckwasser endlich dafür nutzen, hier kontrolliert das Wasser abfließen zu lassen. Dort wirklich mal sinnvoll diese Wasserräder zu nutzen. Mit einem Aquädukt, das hier stufenweise runter geht. Und dann dort einfach das Wasser nutzen, den Dreck nutzen. Und dann hier die Akkus aufladen. Und so was von geil. Da gibt es, da fallen mir Millionen neue Möglichkeiten an, wie wir diese Karte richtig, richtig geil nutzen können. Mega cool. Endlich ist es möglich, dass wir das zu der Karte machen, die wir wollen. Und nicht die Karte so nutzen, wie die Entwickler das wollen. Mit eben diesem undurchlässigen Boden hier. Ich reiße das jetzt hier vorne mal fix ab. Und dann sehen wir das auch. Also, das ist das Thema. Dann hier wird das neue Weltwunder. Und Dekuruta. Ist das der hier? Nee. Das müsste, jetzt weiß ich gar nicht, wo hatte ich das denn gesehen? Wo hatte ich ihn gesehen? Wo hatte ich ihn gesehen? Biber-Statue. Hängematte, Laterne. Da ist er. Der Erdbegrüner. 20.000 Forschung kostet er. 2.000, 2.000 und 1.500. Und wenn wir den irgendwo hinbauen. Ja, wir haben nicht genug Wissenschaftspunkte. Ihr seht, was das bringt. Wahnsinn, oder? 10 Biber braucht er ja. Da ist das der Hammer. Und das ist das offizielle Ende. Tja, was heißt das fürs Let's Play? Das heißt, es wird weitergehen mit Timberborn. Und dieses Mal werden wir nicht irgendwann aufhören. Lass mich nochmal ganz kurz erklären, warum meine Let's Plays bei Timberborn mittendrin enden. Ich habe ein Problem mit Timberborn. Und das ist mit Update 6 behoben worden. Ich habe ein Problem, wenn ich nicht weiß, in welche Richtung ich steuere. Wenn ich irgendwann sinnlos mit meinem Segelschiff über das Meer schippere und keine Ahnung mehr habe, was mein Ziel ist. Und das ist jetzt behoben. Nämlich mit dem Erdbegrüner. Wir wissen, was ist das offizielle Ende von Timberborn? Nämlich der Erdbegrüner. Und das ist das, was wir auf jeden Fall anstreben werden. Das Ding hier. Das ist das, was wir anstreben werden. Der Brunnen der Freude nicht, sondern den Erdbegrüner. Und genau das hier. Verstreut Baumsamen auf der Erde. Der Start macht die Biber in diesem Bereich besonders glücklich. Und das ist das offizielle Ding, was wir anstreben werden im neuen Let's Play. Allerdings wird das neue Let's Play dieses Mal nicht kommen während der Experimental-Phase, sondern während der finalen Phase. Warum das Ganze? Weil ich tatsächlich auf den offiziellen Release des Updates warten werde. Und dann gibt es ein neues Let's Play. Ein ganz reguläres neues Let's Play. Und das hat einen Grund. Ich möchte dieses Let's Play, wie gesagt, dieses Mal bis zum Schluss spielen. Bis zum Erdbegrüner. Und auch ganz offiziell mit neuen Sachen, mit den neuen Kanälen, mit den neuen Aquedukten und so weiter und so fort. Wir werden nicht diese Karte spielen. Ich habe auch schon eine Karte im Kopf, die ich gerne spielen möchte. Verrate ich euch in dem Fall nicht. Es ist eine Karte, die per default dabei ist. Und da gibt es so viele tolle Sachen, die wir machen können. So viele tolle Kanäle, die wir bauen können. Ich freue mich so sehr darauf, mit euch das zu spielen. Wirklich. Das ist so cool. Und das Coolste habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist nämlich der Überhang. Der Überhang kann bis zu 2, 4, 6 gehen. Ja, und kann zum Beispiel dann, na, da geht es nicht, aber, ja, ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen buggy. Da müsste es meines Erachtens nach auch gehen. Hier vorne können wir in dir das, da können wir es tatsächlich nicht machen, aber da können wir es draufsetzen. Ihr seht, wir können es so auf so ein offizielles Ding draufsetzen. Ich fände es cool, wenn wir es da noch ransnappen könnten. Das geht nicht, aber wir können es wenigstens irgendwo draufsetzen. Und dann haben wir hier endlich die Möglichkeit hier, zum Beispiel richtig schöne, tolle Überhänge zu bauen. Das ist sowas von toll. Also ich freue mich so auf dieses Update. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ich könnte euch einen kleinen Einblick verschaffen, wie es in Timberborn weitergeht. Und wenn ihr dann Experimental gespielt habt und coole Bilder habt, dann postet die gerne im Discord. Das würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategienert. Ciao, ciao.